Let's play Kingdom Franz, Deliver Franz. Wir sind wieder in der Mainquest, hoffe ich. Sploings, 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 Sploings. So. Langes Typ, Franz. Ich hab noch Bock. Also, äh, ich bin noch nicht müde. Ein bisschen können wir noch, oder? So, wir könnten jetzt mal kurz erstmal den fehlerhaften Stein untersuchen. Also, weil wir grad hier sind halt, ne? Ähm. Und dann gehen wir zum Chef. Yay, bis in die Puppen. Oh, du, ich war so. Ich hab noch Bier, ich müsste noch was essen. Ich hab heute nur sehr, sehr ausgiebig gefrühstückt. Was war's für noch? Guck mal, hier ist der Steinbruch. Aber Moment, das ist... Ich bekomme hier muss so 20, 25, 25 ins Blatt, okay. So, ihr Schweineschergen. Hier haben wir Pfeifer. Kann man da nur beklauen? Wo ist denn hier euer Chefboss? Hier, Rupert, was ist mit dir los? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, das stimmt. Hier ist etwas von dem unglückseligen Stein, um den es geht. Alt und verwittert. Und sicher nicht von mir. Was? Das ist kein Gestein aus meinem Steinbruch. Siehst du die Körnung? Die stammt nicht von der Verwitterung. Der Stein kommt von anderswo. Habt ihr die letzten Steine bereits zugeschnitten geliefert? Nein. Warum sollten wir? Wir liefern das Gestein stets in dicken Blöcken. Ist einfacher für uns. Hm, seltsam. Dort sagte man mir, sie waren froh, dass du kleine Stücke geliefert hast, weil es für sie weniger Arbeit war. Aha! Weil das ist unmöglich. Irgendjemand hat die guten Steine geklaut und angekommen. Der Steinbruch ist nie angekommen und sie haben das hier erhalten. Unmöglich. Den letzten Block habe ich persönlich ausgeliefert, weil ich mit den Mönchen reden wollte. Aha, aha, aha. Und unterwegs ist nichts passiert. Dann muss dort jemand die Lieferung ausgetauscht haben. Aber was hätten die Arbeiter davon, die Lieferung zu ersetzen und dann zu behaupten, sie käme von uns? Ich glaube nicht, dass die Arbeiter wissen, was passiert ist. Da hat jemand anderes seine Finger im Spiel gehabt. Ein Dieb? Ein Dieb? Herr Dittisch meinte, du schlägst dich mit Problemen herum. Und recht hat er. Diese verdammten Gerüchte. Wegen ihnen liegen meine Steinblöcke einfach nur nutzlos herum. Was ist denn mit den Steinen? Ein Stück brach ab und fiel jemandem auf den Kopf. Ja, das wissen wir schon. Ist ja nicht möglich, dass... Nein, sie kriegen immer das beste Gestein. Es wäre eine Sünde, ein heiliges Bauwerk aus schlechten Steinen zu errichten. Ah, tut mir leid, dass du Probleme hast. Ich wünsche dir viel Glück. Ah, Glück kann ich gebrauchen. Die Sache stinkt nach Geldgeher und Politik. Was weißt du über die Gerüchte? Im Kloster gab es einen Unfall. Und es sind Gerüchte im Umlauf, dass es wegen Gestein von minderer Qualität passiert wäre. Kann es denn nicht einfach mal passieren, dass ein Steinblock nichts taugt? Nein, das ist Verleumdung. Vielleicht fanden sie meine Blöcke zu teuer und haben sich einen neuen Steinbruch gesucht. Was auch dahinter steckt. Ich will es wissen. Okay. Oh, wir müssen mal ganz kurz... Habe ich eben nicht dran gedacht. Müssen wir eben... Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir unseren Schüssel reparieren können. Ja. Oh. Okay, das hat gut geklappt. Oh, unser Gambeson ist ja kaputt. Gambeson. Okay, damit geht nichts mehr. Alter. Krass, dann wollen wir mal... Okay, das Schmiedeswert können wir zurück. Alter. Okay, da haben wir aber gerade mal gut was rausgerotzt. Wir können mal bei dem Dude-Tier-Rüstungssets kaufen, oder? Da hat er bestimmt welche. Feuergefährte können wir verkaufen. Ich glaube, das Plattenband. Jagdhandschuhe ohne Ende. Schmiedenhauben, Kompositpanzeranschuhe. Guck mal, ich habe noch ein Scharm steht. Ah, wir haben mega viel Zeit. Hier, komm. Ritter Boy. Ritter Boy, komm mal bei mich. Guten Tag. Hallo. Der Schmied aus Sasa. Ja. Ich zahle gut davon. Das mag sein, aber erst müsste ich mich erinnern, wo ich es hingetan habe. Hab's verloren. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass der Pilger nichts anderes war wie ein Scharlatan. Und sein Schwert nichts als Plunder. Okay. Der hat ja auch nur Shit. Ich will ein großes Rüstungsset, äh, Kit hat er nicht, toll. Und verkauf mir mal zwei Rüstungssets. Ach, die kosten ja nix. Verkauf mir fünf. Ich verkauf dir dafür. Beckenhauben mit Visier. Und... Einen treuen Gefährten. Oh Gott, der gibt uns ja kaum Geld, der Sack. Und dann kriegst du noch... Ein gefärbtes Plattenwamms. Und eine Kettenhaube. Und noch eine Kettenhaube. Zwei sogar. Jetzt gibst du uns nämlich 235. Wie sich das gehört. Und kumanische Sporen verkauf ich dir auch noch. Nein! Ich wollte doch noch Pfeilschen. Okay. Einmal X drücken ist immer doof. Okay, dafür haben wir jetzt fünf kleine Rüstungssets. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, äh. Wir haben so viel Zeug. Wie gut sind wir denn jetzt schon reparieren? Sondefertigkeit, oder? Da reparieren. 14. Bei Reparieren. 15 kriegen wir neuen Skill. Oh, cool. Okay. Das ist alles nicht so geil, aber... Okay, das haben wir geregelt, ne? Ja. Cool. Pferdchen! Komm ran! Beziehungsweise... Ah... Ja! Ah, hier, das Kettenhemden kann uns gerade mal reparieren. Versprechen wir den Preis. Wir sehen aus wie so ein Papagei, oder? Füßt ihr nicht? Einverstanden? Komm schon, ein Witz. Naja, bei dem Betrag kommt... Cool. Danke. Verdammt! Tadam, tadam. Ich bin der, ne, Mann. So, noch tippitoppi im Schuss. Ah, die Hammer gehen nicht kaputt, oder was? Oder muss man die reparieren? Ja, man muss die wahrscheinlich mit dem Kit reparieren. So, jetzt geht es weiter mit der Mainquest, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich finde den Weg ins Schloss. Den Schlossweg. Ich glaube, man kann auch von dieser Seite in die Bürg... Äh, in die Bürg hinein. Aui. Äh, ein Bürg. Die Schabacke steht Pugok eigentlich ganz gut. Da hast du recht. Bin ja auch. Ist ja kleidsam, ne? Grüße. Und hier waren wir doch schon mal. Oh, wir haben sogar... Wir wohnen hier sogar. Guten Tag! Oh, hier waren wir echt noch voll der kleine Prängel, ne? Jetzt sind wir einfach mega der Boy, ja. André, der Boss. Und der Schreiber. Schreiber, der Boss. Ach, Timme! Den hab ich schon wieder vergessen. So, ich wollte mal speichern, wir haben so viele Tränke. Oh. Was war das? Nichts. Das war der Wind, ganz klar. Heinrich ist aber auch ne diebische Elster, ne? Ah ja! Ha 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 ha! Ha ha ha! Mal eben nen dicken Mailänder Kyras für 1,8. Wie geht's eigentlich vorrangig um den Schlösserknack-Skill? Und nen Brokat, juppi! Oh, herrn, ratz ich's Google. Die möchte ich einfach aus Prinzip haben. Alter, es ist herrn Ratzigs Schlaf gemacht, was ich hier grad ausräume. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn Razzi-Ratzig das merkt, ey. Typ, 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 typ fleisch dabei der chat ist jetzt 18 plus okay also brokat yuppie ist ja mega schwer ich habe das doch gerade aus dem pferd rausgeräumt oder nicht so fädchen hast du ja noch irgendwelchen scheiß und fädchen hat auch ganz viel gift und so dabei okay wie viel das fährt hier denn jetzt dabei sehen wieso kann das pferd denn jetzt ist das pferd denn jetzt komplett überladen 402 aber es wird mir nicht angezeigt wie vieles hat das kühlt ja schon ans pferd anbringen dann kann man das ganze gedünstig so schnell ja das stimmt hier ist nichts zu machen weil hier der schreiber rum schreibt aber wir haben hier natürlich auch eine truhe da können wir das mal kurz reinbringen ja ja das war doch hier irgendwo ne hier wohnen wir doch oder hier können wir schlafen und speichern aber im prinzip her ist man nicht schlecht wie spät ist es naja ich will aber nicht mal mit paparazzi sprechen eigentlich obwohl ich habe gerade den geilen scheiß geklaut wie sollen wir denn hier keine truhe ist doch mega der betrug ne wir speichern einmal kurz ich hoffe der ist um 19 uhr noch am start doch bestimmt ach 18 uhr wie sie wie sie stein können halt nur nicht mehr rennen sind halt komplett voll getrümmert mit schirrt ja bei jagd gibt es doch dass das fleisch schlecht also langsamer schlecht wird so ich wüsste gern warum ein pferdchen nichts mehr da guck mal noch pferdchen pferdchen hat gebackt ach pferdchen wieso sind wir denn jetzt noch so überladen die ganzen sets so jetzt können wir auch noch ein bisschen laufen also mega der betrug wenn zum gratisbrett nicht noch eine truhe da ist vielleicht noch ein gratis eigenheit wieder zum beispiel findet hier nur zu übungszwecken statt hier haben wir nicht mal gewohnt ich werde langsam verrückt ja das ist definitiv der fall das ist das ist wirklich so ok so sorry dada 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 hier ist Frau Köchelnute so okay wir wollen die Mainquest machen ne nicht alles leer klauen so schon wieder aus dem Klo von Montags so Paparazzi ist bestimmt ganz oben hier chillt er bestimmt Alter, die können doch hier nicht alles so offen stehen lassen. Heinrich ist doch ein junger Typ. Yep. Oh. Haben wir da gerade Glück oder sehr viel Glück gehabt? Schlösser knacken 10. Damit sollten wir doch jetzt aber wirklich mal... Das Bild ist nur bei dir so dunkel. Bei mir sieht es eigentlich normal aus. Meister der Schlösser. Du knackst einfach Schlösser automatisch. Okay. Aber das können wir noch gar nicht. Achso, die können wir noch. Vitriche, das ist egal. Betrunken knackt man besser. Das ist egal. Sechster Sinn finde ich eigentlich ganz geil. Ja, das finde ich schön. Wir leiden jetzt Sechster Sinn. So, jetzt suchen wir Paparazzi. Heinrich ist aber auch ein alter Klauspecht, ne? Heinrich ist ein Klauspecht. Äh, kann auch nichts machen. Zieh Razzis Google an und sprich ihn dann an. Oh, oh, alte Schulterplatten. Geil. Oh. Alter, diese Adeligen, ne? Wahnsinn. Komm, schaffen wir das? Nein. Ach, wir sind immer noch nicht gut genug, ey. Aber ich glaube, dass die alten Panzerschulterplatten. Geil, die sind besser als unser Scheiß. 12, 12, 5. Merkt das jemand, wenn wir die anhaben, oder? Aber wir sind erst mal vorsichtig. Cool. Heinrich, der alte Stehldieb. Boah, es ist doch zum Kotzen, ey. Überall diese sehr schweren Dinger. Ja. Und ich kann mir nicht merken, wo die alle sind. Habt ihr eigentlich früher bei Gothic euch auch die, ähm, die Schlossereihenfolgen aufgeschrieben? Weißt du, was ich meine? So, hier ist Senior Devish. Ich hab für dich Sachen rausgefunden. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Habt ihr sie? Alter, 1300 Cash hat er uns gegeben. Frau Stefanie. Der Herr schütze dich. Oh nein. Was benötigst du? Ich könnte ihr schon mal das Diadem überreichen? Ich bringe dir das Diadem vom Meistergraveur. Heinrich, du bist ein Schatz. Sieh nur, der Moldavid. Ist er nicht schön? Was? Sophie wird aussehen wie ein Engel. Was wollte ich noch? Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Stell ihn mir irgendwo ab. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Nö. Schwierigkeiten? Dieses Wort kenne ich nicht. Trag nicht so dick auf. Wir müssen dir noch die Gaule. Kinder, kann es sein, dass das überhaupt nicht die Mainquest war? Nur nochmal so ganz nonchalant gefragt. Da ist er ranzig. Ah, okay. Ist nicht so weit von hier. Okay. Super Lärchen, ey. Soll ihr seid die Haare am abbeten? Hol den Gaul und besteig die Haare. Ohne schöne Option. Es macht mir so viel Spaß, hier wieder den völlig chaotischen Idiotendieb zu spielen. Das ist so gefährlich, was ich hier mache. Und auch so dumm. Ist das hier nicht der Aufenthaltsbereich der Wachen? Oh, wie viele Jagdhandschuhe ich schon geklaut habe, ne? Wie war das eigentlich mit dem, falls Emil gleich kommt und Frostpunk? Du, ich weiß es nicht. Wir kennen doch alle unseren Emil. Er hat eben gesagt, er holt sich was zu essen. Und dann kommt er vorbei, um mir über die Schulter zu gucken. Aber bisher ist er hier nicht aufgetaucht. Deswegen denke ich mal, er hat was anderes gefunden, was er tun will. Es lohnt sich alles nicht bei dem Gericht. Da muss der arrogante Heinrich mal arrogant sein. Davish City und Schauspieler Christopher Plummer ähnlich. Ich habe eben überlegt, also mir kam der auch bekannt vor. Was hat der denn gespielt? Heinrich ist ein alten Stehldieb, ey. Steckst du nicht drin? Das Geile ist, er ist jetzt halt auch vor allem einfach schon ein Ritter, ne? So, alle Leute haben voll die Achtung vor ihm. Er hat schon voll viel Zeug erledigt, so. Das ist halt einfach eine viel geilere Tarnung. Dann auch immer noch wie so ein Assi rumzurennen und alles zu klauen. Mega gut. Richtig gut, Heinrich. So ein Turm ist auch wirklich das denkbar unpraktischste Gebäude der Welt, ne? Wenn es jetzt nicht gerade um Burgverteidigung geht. Ist doch ein Verplammer. Woher kennt man den denn? Hä? Geil, Franz. Richtig gut. Hier unten wohnen wir jetzt. Ich muss pipi. Die Folge ist hoffentlich bald vorbei. Ich muss pipi. Aber ich muss sagen, mir hat mit PUBG übrigens mal wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ach, jetzt habe ich mich hier... Ach. Man kommt in diesen Turm nicht anders rein und raub. Was ist denn Turm? Was habe ich denn eigentlich noch so erlebt? Ich bin so hier in der Heinrich-Welt. Schnell weiter. Ja, wie gesagt, ein neuer Prozessor steht demnächst an. Das wird cool. Habe ich euch eigentlich nicht? Ich habe euch noch gar nicht von der... Ich habe euch noch gar nicht von meiner völlig schrägen Arbeitsgeschichte erzählt, oder? Habe ich noch nicht. Muss ich vielleicht gleich mal machen. Ja, ist ja gut. Ist das ein privater Bereich? Jupp. Das würde er wohl merken. Echt? Ja, ja, ciao. Wie lang sind eigentlich normale Folgen? Also, früher mal 20 Minuten, aber mittlerweile eher so eine halbe Stunde. Ist Schreiberboy noch hier? Ja, da ist Schreiberboy. Die Dornenvögel, okay. Aber hier fällt es mir immer total schwer, darauf zu achten. Hallo. Geil. Da ist richtig gutes Zeug, ey. Wir hatten vorher komanische Armschienen. Die haben 11, 11, 4. Und jetzt haben wir 12, 12, 5. Na, okay. Geht so. Aber die sind halt richtig, richtig cool. Edle grüne Beindinger. Oh, geil, die. Kommen wir jetzt an. Wir haben ja hier so. Wo sind denn hier? Ne, Kettenbeinlänge. Wir haben doch auch so andere. Da, braune Beinlänge haben wir an. Wir haben 11, 11, 1, Charisma 4. Die edlen grünen haben 11, 11, 1, Charisma 17. Zehn. Okay. Just saying. Er hat Charisma. Oh, wir haben momentan was tragen. Biancas Ring. Charisma 11. Okay, der kommt weg. Wir tragen ab jetzt einen 1, 2 Silberring. Bis knapp 5 Minuten anhalten, bis du aufs Klo kannst. Das ist kein Problem. Ich muss noch etwas wach bleiben, sind wir es morgen früh oder so. Hab Nachtschicht direkt sicher. Oh Gott, oh Gott. Franz, willst du dich mal mit? Witz oder Emil. Slaps and Beans im Korb spielen. Slaps and Beans sagt mir nichts. Ist bestimmt, weiß ich nicht, was kann das? Oh, übrigens, ob ihr es glaubt oder nicht, Start Ready, der Korb ist jetzt in der Beta. Was soll ich mit Fritze eigentlich auch mal spielen? Boah, kommt euch das mal an. Ich hoffe, Herr Ranzig ist noch zu erreichen. Um die Uhr. Bädchen, mach bitte keinen Bädchen-Quatsch. Ist hier das Lager? Ne. Sind die schon hier am Start? Ne, hier ist doch der Steinbruch. Boah, Bädchen. Boah. Äh, ich glaub zwei. Bädchen, komm schon. Gib dir ein bisschen Mühe. Ach, Bädchen. Ha. Bams. Wie können wir denn da oben hoch? Oh, doch, einfach hochreiten. Easy. Ja. Hätte aber in Luftschlacht über England vermächtigste Tempel rumgespielen müssen. Das hab ich alles nicht gesehen. Irgendwie kam man mir auch bekannt vor, der Dude. Alter, Pädchen ist ja auch voll die Bergziege, ne? Alter, Pädchen. Ja. Pädchen zieht, ey. Pädchen pullt. Oh. 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 Was hab ich denn da erwischt? Ach, da war ne Senke dazwischen. Wo ist die Kuh hin? Oh, da. Oh. Was machst du da? Oh. Oh. Warum fragst du? Kann man nicht mal im Wald spazieren, ohne belästigt zu werden? Ich hab nicht. Ich frage, weil ich hier der Wildhüter bin. Und in diesem Wald nach Wilderern Ausschau halte. Nun, ich wildere ganz sicher nicht. Dann macht es dir wohl nichts aus, wenn ich einen Blick auf dein... Nein! Vergiss es. Du schnüffelst sicher nicht in meinen Sachen herum. Das werte ich als Geständnis. Du kommst mit mir zum Gefängnis. Hör mal. Können wir das nicht irgendwie regeln? Vielleicht mit einem Bußgeld? Ein Bußgeld? Vergiss es. Auf Wildern steht der Kerker. So wird es das Gesetz. Hm. Und wenn ich das Bußgeld direkt an dich entrichte? Das Gesetz ist... Interpretierbar. Es käme darauf an, von was für einer... Ich hab den hier stich mal getroffen. Ach, Dude, ey. 40 willst du haben? Ach, komm, ey. Weil du's bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Weißt du was, mein Freund? Hier. So, du hast deine... Strafe entrichtet. Du kannst gehen. Danke. War das jetzt schlecht für meine... Ich bin echt sehr... Das ist sehr, sehr hin und her gerissen, wie ich hier so drauf bin. Ist der Typ noch da? Oh ja, oh, jetzt sollte ich vielleicht nicht auf den hier schießen. Alter, jetzt... Ohne Scheiß. Ich jag hier einen Hirsch, um jagen zu leveln. Und da steht ein Wildhüter neben mir. Wie viel Pech kann man denn haben? Wird doch schon verrückt, oder? Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Hallo. So, wir gucken mal kurz. Was ist denn hier der Stein? 424... Oh ja. Die Folge ist genau eine halbe Stunde. Easy cheesy. Also 32 Minuten. Kinder, ich geh kurz aufs Klo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Es macht immer noch einen Heidenspaß. Wirklich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis gleich, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge.